Hier geht's weiter. Um, ja. So geht's. Oh Gott, da soll ich wohl reinspringen, was? Ah, Fische. Böse Fische, Monsterfische. Oh, Automatik. Nö, das ist, äh, das machen wir nicht. Und jetzt mal eliminiert. Oh Gott. 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 Die Leute. Ja. Hey, 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 hey. Ich spring einfach mal ins Verderben. Nein, auch ein Geheimnis. Aha. Ich hatte das immer. Eine Tür. Ist das ein Schloss? Nee. So kommt man nicht dran. Vielleicht mit Anlauf. Okay. Boah, ist das aufregend. Und wieder ins Leere. Ah, ein Hebel. Ein Hebel. Ich habe was gehört, aber nichts gesehen. Hat das jetzt Energie gekostet? Weiß es nicht. Aber die Tür ist auf. Ja, das war doch so klar. Oh. Interessant. Ein Hebel. Das war die Tür. Ich spring da jetzt drauf. Hm. Oh, ich brenne. Okay, das war wohl nicht richtig. Das ist eindeutig zu weit. Da vielleicht hin. Oh, das ist... Das kapiere ich nicht. Ah, das liegt höher. Da komme ich jetzt im Leben wieder nicht zurück. Nee. Ach, Mann. Was gab es hier sonst? Feuer aus, Feuer an. Feuer aus, Feuer an. Okay, ich speichere nochmal wegen der Sicherheit. Und zwar fange ich hier oben wieder an. Aber wir haben ja da unten irgendwo die Tür geöffnet. Und wenn ich mich recht entsinne, war es hier in dieser Nebenhöhle. Neue Gegner. Sieht nichts aus. Keine Gegner. Aber... Schneebälle. Oho, was ist hier los? Oho, was ist hier los? Leute, das sieht sehr böse aus. Was? Was? Das hört sich scheiße an. Was soll das? Was kann ich nicht mal hin? Was? Ähm... Kamera. Noch passiert nichts. Was ist das da hinten? Okay, das wird wahrscheinlich kaputt gemacht. Wenn die... Was? Was? Die lösen nicht mal aus? Wo ist alles los? Okay, ich sehe schon, das machen wir in der nächsten Folge weiter. Ja, safe und Schnitt.